jollo was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video und somit auch wieder herzlich willkommen zu bank io zur dritten nie gar nicht nur zur vierten folge von bank io schon und ja wir starten einfach direkt rein eine runde wieder pro folge wie gesagt und wir starten einfach direkt rein let's go so wir switchen gleich mal auf die gun hier so genau wir switchen nämlich wieder rüber schade er hat mich doch geholt schade ich habe direkt in der mir Ah moiner stand da um Ich glaub das ist tatsächlich meine Runde wo ich verliere wieder Ich nehme Muscle-Shock, vielleicht hilft das ein bisschen Vielleicht ist das ein bisschen stärker I don't know Ja, er steht hinter mir denke Oh Ja, ich denke Wahrscheinlich Oh Ja, okay ich denke Ja Bin ich auf einmal Sniper-Lobby gelandet Was tanzt du noch mal? Er killt mich während er tanzt Der Ich sag über nix Aber was ist ein Typ Digga Er kann mich einfach umbringen während er tanzt der Mager Ja Ja Okay digga Sniper-Try-Hard-Lobby Aber da D redu Er denkt, hier kann mit Schott haben was raus Digga die haben doch aimbot drin, Digga die haben doch save nen scheiß aimbot alter Die können mir doch nicht, die wollen mir doch nicht wirklich erzählen, dass sie jeden Schussgefühl treffen, Alter. Ja, bekämpft euch. Bekämpft euch, Allah. Also, erster werde ich sowieso nicht, wenn man mir überlegt. Digga, ich raste gleich so aus, ne? Digga, der Typ hat 21 Kills. Ja, okay. Gott, Tryhard Lobby gelandet, Digga. Er chillt da oben. Was der Typ, Digga. Hab ich einen gekillt? Ah, ich hab auch mal endlich einen gekillt, Digga. Ich hab kein Bock mehr auf dieses Game, ne? Ehe, sagt Shit, auch noch einer. Egal. Ich hätt's nicht mehr gerissen. 25 Kills hat der, oh, scheinlich, Digga. Ach, Digga, so schlecht, Alter. Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würd sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. 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 Tschüssi.